Oh, da kann ich mir bestimmt Gegner auch anlocken. Warte, da wollte ich mir jemanden gucken. Da sehen wir hier irgendwas. Oh, guck, oh, da ist ein Gegner. Oh. Ha! Ich darf ja nicht erwischt werden. Ein One, ah, okay. Was sollen wir jetzt hier noch? Ach ne, freut ich nicht. Sorry. Ich will meinen Pfeil wieder. Äh, wo ist die Leiche? Ach, da. Der Pfeil ist mir das Wichtigste. Ha! Können wir die auch ins Feuer schmeißen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ne. Dann legt man hier ab. Danke dir. Nahrung sammeln. Okay. Wir sind voll. Geil, Pfeile. Vier Jagd, zwei Raubtiere und leichte Pfeile haben wir auch noch eine dazu bekommen. Sehr gut. Das hat sich rentiert. Warte mal. Zehn Pfeile haben wir jetzt. Sehr, sehr geil. Aber wie kann ich denn Pfeile umswitchen? Ah, warte mal. Ne. Kixo, vielen lieben Dank für dein, äh, für dein Sub und für dein Upgrade in die First Class. Vielen lieben Dank. Das ist ja mega nett von dir. Wie komme ich jetzt da hoch? Ach, wir klettern. Oh, okay. Okay, das erinnert mich irgendwie an Uncharted. Oh, boah. Okay, wie kann ich das jetzt zünken? Ach, komm, wie geil ist das bitte, Leute? Sorry, da mache ich jetzt mal kurz ein Screenshot. Wow. Krass, gibt es hier auch einen Screenshot-Modus oder sowas? F12 oder sowas? Ah, geht. Okay, perfekt. Mit F12 kann ich endlich einen Screenshot-Modus machen. So, äh, 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 ich hab's schon wieder vergessen. Äh, Leute, das Raufkommen ist immer eine Sache, aber das Runterkommen ist die andere. Okay, aber wenn wir hier sind, dann machen wir jetzt mal einen Screenshot-Modus und gucken uns das direkt mal an. Wow. Das ist ja nice. So, warte mal. Hoch und runter. Wie kann ich Kamera drehen? Ist klar. Kamera versetzen. Achso. Ah ja, perfekt, das wollte ich machen. Ja, so würde ich jetzt gerne ein Foto machen. Space. Die Frage ist, wo kann ich mir die Fotos dann angucken? Äh, zoomen kann man, achso, zum Bearbeitungsmodus. Äh, achso. Boah, okay. Okay, krass. Naja, ich sag's mal so, wir machen das jetzt nicht, aber schön, dass wir uns mal angeguckt haben. Kopfbedeckung. Achso, H wollte ich eh auch mal drücken. Was ist mit H nochmal? Ach, ich glaub, das ist erst mit dem Schiff dann. Okay. Äh, okay, also ich will hier links, das heißt, wir schauen, ob wir hier wieder runter gehen können. Ach, krass, okay. Oh, 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 oh. Nein, 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 nicht so weit. Ach, du Scheiße. Ui, je, je, je. Jetzt ist, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, Geschmackssache würde ich sagen, Kixo. So. So. Jump. Ja, ich würde jetzt gerne was essen, dann kann ich mir nicht mein Leben wieder auffüllen, wenn ich irgendwo Bären finden würde. Ach, ne, das wollte ich nicht sagen. Was siehst du da oben, Sühnen? Ja, was siehst du? Schnell Abstiege, oh, bin ich gespannt. So. Irgendwo ein paar Bären, wo ich was essen könnte. Also keine Bären, sondern Bären mit zwei E, nicht mit E. Schaut das schön aus. Aber vorhin, schau mal, sind da meine Fußabdrücke noch? Ich glaube nicht mehr. Keine Bären da, finde ich. Na gut, da hat mich. So. Da sind Bären. Ha. Jawohl, und schon sind wir wieder voll. So, jetzt da, scanne ich mir hier. Gehen wir noch zu weit weg. Wir gehen andersrum. Hier darf mich niemand sehen. Wackel nicht so. Ha. Hat er Strind. Klündern. Hast du auch was zum Klündern? Ne, nur einer. Ah, meinen Pfeil hätte ich da. Okay. Oh, da liegen, eigentlich liegen da ganz coole Waffen. Kann ich die aufsammeln? Ich glaube nicht. Ich würde es mir anzeigen. Warum kann ich das jetzt nicht? So. Okay, jetzt schauen wir erstmal, was wir hier finden. Okay. Äh, okay. Oh, oh. Oh, das ging schon mal gut. Hä? Der Schnee, der Schnee, der Schnee ist da irgendwie. Ne. Bin ich getäuscht. Achso, warte mal. Wie war denn nochmal das mit Tarnen? Mit B war das, gell? Aber wir haben nichts. Wir haben noch keine Tarnung. Ui, da ist der Fackel. Aufpassen, dass irgendwelche Leute jetzt sind. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Schiff. Ich glaube, da muss ich jetzt aber nicht runter, oder? Oh, okay. Ach, okay. Das Schiff ist nicht mehr so ganz einsatzbereit. Aber hier ist irgendwas. Was ist das? Kerzen? Kann ich da rein? Nee. Okay. Was auch immer das... Was ist da? Nix. Okay. Da irgendwas. Auch nicht. Da ist doch... Moment. Was zeigt denn der im Wasser dann? Da ist... Ach, wahrscheinlich ist das da. Ach ja, mach mir nicht. Was ist hier? Ist das hier? Okay, das ist... Flotten. Okay. Hier unten drunter. Keine Ahnung. Hm. Oh shit. Nein, weg hier. Er ist hier. So, jetzt will ich aber meine drei Pfeile wieder haben. Einer. Hä, die andere? Wanderlei, wo sind meine Pfeile? Seh ich die vielleicht jetzt? Mit V? Nein, meine drei Pfeile. Ich bin so geizig mit Pfeilen. Gibt's verschossen oder wie? Naja, wie dem auch sei. Kann ich hier irgendwas machen? Ah, da ist doch was. Lesen. Nachricht an die Geächteten. Besteht Kjord wie nicht. Und die Wölfe lassen uns in Frieden. Leben und Land des Rabenclans gehören uns. Okay. Aber... Verstehen wir nicht, wofür das jetzt hier gut war. Geh nochmal hier zu diesem Golddingens dahinter. Irgendwas muss das doch... Irgendwas muss ich jetzt auch übersehen. Ach so. Ach verdammte Axt. Ich muss da hoch. Okay. Verstanden. Äh, okay. Nein, nein. Ich hole dich da hoch. Da. Ohne sich kannst du Schätze in Nähe vorheben. Äh... Ja. Brauchen wir jetzt eigentlich... Wir wissen ja, dass wir da hoch müssen. Können wir da hochklettern? Durchbrennbare Ketten. Leute und Vergegängste werden manchmal von Käffien... ...gehalten. Shit, das hätte ich jetzt gerne nochmal gelesen. Hm. Ah. Okay. Jetzt weiß ich, was gemeint war. Geht mein Pfeil wieder? Auch nicht. Hehehehe. Oha. 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 Ja moin. Was ist das hier? Truhe plündern. Uh. Ein Kohlebahn. Wegwalken. Reichtum. Ein Kohlebahn. Okay. Okay. Ja, dann würde ich sagen... Ah, was war da? Da war noch irgendwas. Äh. Vergammter... Äh. Vergammter Käse. Äh. Der war's. Silber. Silber. Äh. Okay. Hier oben noch was. Ach komm, da können wir bestimmt auch ein schönes Foto machen, oder? Na ja. Es geht. Ja, dann würde ich sagen... Gehen wir den Abstieg mal an. Okay. Da ist wenigstens schön warm. Aber... Ähm. Ich hoff's auch, dass meine Crew noch nicht abgenippelt ist. Aber... Die kennen mich nicht anders, weißt du? Die wissen, dass es manchmal ein bisschen länger dauert und ich alles mir genau anschaue. Oh, gleich da lang. Genau. Oh. Okay. Ab ins kalte Wasser. Friere ich eigentlich auch? Muss ich mich temperieren, oder? Unsere Wachen ergibt nichts. Welche Wachen? Ich sehe keine mehr. Gut. Also, wir gehen jetzt strikt zum Ziel. Ähm. Die Frage ist... Wie kann ich denn eigentlich speichern? Speichern. Spiel kann gerade nicht gespeichert werden. Okay. Warum? Hallo Wolf. Ach komm. Ein Wolf muss jetzt dran glauben. Vielleicht kriegen wir irgendwas. War ich jetzt zu langsam? Okay. Äh. Okay. Fast. Okay. Grazie. White out. Uh. Was war das? Ach. Ein Reh. Äh. Ein Elch. te Mal. Fallverballert. Da haben wir wieder eingefangen. So. Wo liegt das Vieh? Achso, weil ich getarnt bin Ich dachte, ich kriege jetzt irgendwie ein Geweih oder sowas Ja gut, immerhin Aber so einen Wolf müssen wir uns nachholen Damit ich das eintauschen kann gegen, was weiß ich was Ruhm und Reichtum Also ganz ehrlich, ich habe mir echt schon einen Arsch abgefroren Ui, da ist aber ganz schön viele Bambis hier Mit deinem Raben kannst du quasi Ziele erorten Das weiß ich doch Also das haben wir jetzt doch schon des Öfteren Okay, Raben rufen Ist ja nicht so, als... Wo der Eidbrecher meine Leute gefangen hält Ist ja nicht so, als wären wir da nicht eh hingegangen Ähm... Eine Kleinigkeit Ich würde die Schrift von den Untertiteln vielleicht doch kleiner machen Ähm... Bildschirm war das, oder? Ah, guck mal, ob ich sie hier machen kann So, Gameplay Äh... Bin ich doof? Ah, hier, Textgröße Ne, die schon, aber die Untertitel Will ich auch auf... Wo war denn das? Textgröße, das meine ich nicht Wo war denn das? Größe, hier Nein, okay, das war's schon Weichern wir jetzt nochmal Dann ist das nämlich auch gespeichert So Ah, so gefällt mir das schon besser Oder, Leute Was sagt ihr? Jetzt haben wir das Bild von ein bisschen weiter weg Weil ich, äh, das Auf 115% statt 100% gestellt hab Das heißt, wir sehen mehr um uns herum Findet ihr das auch gut wie ich? Oder ist das eher nicht so in eurem Interesse? Ach, die Scheiße Ach, das könnte tatsächlich Wahr sein Da kann man bestimmt durchkriechen, oder? Das ist ja etwas, das du entscheidst Ja, ich find's Ich find's ganz schön so Kipp mal ein bisschen mehr von der Landschaft mit Oh, nice Das Langhaus Meine Mannschaft sollte da drin sein Gut, dann gehen wir da zum Schluss rein Eine Puppe Kann man immer brauchen, oder? Das Futter Wird die Töpfe so schlafen? Ach ja Jetzt geht ab Ja, meine Mannschaft weiß das Das ist manchmal länger da bei mir Und zum Glück wundert sich auch keiner rum Und hier die ganze Zeit alles zerschlagen wird Was ist denn das Blaue jetzt da links? Achso, das ist meine Ausdauer, glaub ich Ach, das wollte ich nicht Alte Freundin Okay Also einen alten Vogelhammer Aha Gleich nicht entgegen der wenige Auflösung Für meine Stream-Quarität-Philosophie Äh, wie du sehen kannst Hab ich die Auflösung gleich gelassen Ich hab gestern einiges an Tests gefahren Und es ändert sich nichts an der Qualität Wenn ich die Auflösung runterstelle Es hat sich nichts geändert Und die Auflösung vom Spiel ist ja gleich geblieben Grüß dich Dann stehen welche Ich habe mich die Auflösung Ich habe mich nie gehört Macht keinen Unterschied Weil die Auflösung, wie gesagt, ist komplett identisch geblieben Ich habe nur das Sichtfeld Größer gemacht Da hinten ist einer Das heißt, ich schalte jetzt mir jetzt erstmal alle aus Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Tenchu Auf der Playstation 1 Äh, wegschmeißen Da, wie war denn das Nee Ja, genau, ein Feind lassen war er Ja, genau Das Haus muss auch noch reingehen Den legen wir einfach hier mit rein Tschakka So, hier haben wir dann eh schon mal ganz schön aufgeräumt Ah Oh, noch ein Kleber Okay, also hier haben wir eigentlich ganz gut aufgeräumt schon Der steht im Haus, glaube ich Schloss zerstören Okay Muss ich mich hier vorheben Ja, oder wir gehen das Fenster rein Könnten wir auch machen Theoretisch Oh, ein Schatz Ich will nur gucken Da steht nämlich bestimmt auch einer Oh, zwei Ja, verdammt Shit Oh, zwei Hup! Gute Idee. So, da haben wir bestimmt auch noch was da drin zum Looten. Oh, Schießstand. Eigentlich nur noch der da drin. Wie läuft denn das hier so? Ach, wie geil. Na, das nehmen wir sofort mit. Finden wir auch noch welche dran. Neue Pfeile, neue Pfeile kann man immer brauchen. Leichte, leichte, leichte. Ganz viele Pfeile brauche ich. Alle her damit. Habe ich jetzt alle? Ich glaube schon, oder? Ja, ja. 2.12 haben wir schon. Sehr schön. Mein Pfeil wieder. Der schlägt sich jetzt hier ins Bett. Hört. Der schläft. So, da kann man schon plundern. Wir brauchen unbedingt einen größeren Nahrungsbeutel. Ich weiß ja noch nicht so genau, was ich, äh, was ich jetzt zerschlagen kann und was nicht. Das, da muss ich noch dahinter kommen, da bin ich noch zu wenig erfahren. So, da muss ich noch zu wenig, wenn ich noch zu wenig, wenn ich noch zu wenig, wenn die da ständig einblenden, dass ich das, äh, machen soll. Da muss ich jetzt mal hoch gucken. Wer da hinten stehen welche? Und da steht auch einer. Denen wie ich zuerst. jetzt kommt der erst mal dran hier verdammte axt bist du so diese bränden der pfeil er ist jetzt doch tot das verstehe ich jetzt nicht ja wir machen erstmal den hier jetzt Platz äh wo ist der hin der ist wahrscheinlich dann am feuer gestorben schätze ich mal aber irgendwo muss der doch liegen er kann ja nicht einfach weg sein hier war ich schon wo war jetzt denn der Schatz drin auch hier drin oder war das der Schatz hmm hmm ich muss sehen was du siehst ich sehe gar keine feinde mehr da könnte ich jetzt endlich mal meine besatzung retten wo ist das denn hier ein Silo ok hier ist auch noch ein Ausgang oder ach ne das ist ein gibt es vielleicht Pfeile ok ich wüsste gerne servus grüß dich ich wüsste gerne wie ich meine Pfeile ändere wie kann ich denn da die Pfeile durchwählen Gibt es da eine Option Steuerung Waffen es geht um Pfeile Rabe Kamera Kampf Schießen Alternativer Schuss ok Waffe wechseln Steuern äh Shift und T Shift und T Shift und T ok na nicht ganz hm beide sehr gut aber ihr habt ja jetzt gesehen der hat jetzt gerade äh den Pfeil so ein brennenden Pfeil auf den gerade geschossen die Frage ist nur bekomme ich jetzt von so einem brennenden Pfeil wenn es dann wieder so weit ist auf den normalen Pfeil oh und ein Zahn ok ja Leute falls jemand von euch ein Zahn braucht ich hätte da einem Angebot ok da steht jetzt einer drinnen der sieht ziemlich äh wie soll ich sagen warte mal gibt es vielleicht achso aufs Dach soll ich hüpfen kann ich da an der Fahne vielleicht hoch ne ah ok ich verstehe oh jee hier soll irgendwo eine Luke sein hm hm ne falsch falsch ich wollte nur gucken Schild kann man so in der Position nicht verändern schlagen kann man auch nicht aber ziehen könnte äh ich seh keine Luke so vielleicht ist auf der Seite irgendwo eine Luke offen ne hier nicht auch nicht äh bin ich blind hier seid hier eine Luke offen auch nicht auch nicht vielleicht kann ich hm der Tür bin ich und ach da oder ne da auch nicht da ist auf dem Fall falsch ist auch nichts offen ah haben wir es gesehen ähm wenn du dich weiter so findest wird meine Axt deinen Hals verfehlen das wollen wir beide nicht wenn ich schon sterbe dann soll es schmutzig werden Aß Lauf gut feikling binde dich los und gib mir eine Axt in die Hand ich schulde dir gar nichts Rabendreck oder deinem Clan von Trell und Bauern du leg die Axt beiseite oder stirb meine du solltest auf einem Sklavenschiff nach Irland sein Wolfsmal aber wenn du mein erstes Opfer sein möchtest wird Odin dich sicher freudig empfangen du hast gerade dein Leben verwirkt ich schicke dich direkt zu Heel nie nieder Wolfsmal aber schon ich dich halt dein Maul und kämpfe du niedere Abschaum ich muss mir den ausweichen das muss ich mir irgendwie auf die Maus legen kippt er mir aber ganz schön Heel oh ok äh ich glaube äh shit ich glaube ich darf da nicht so aggressiv vorgehen oh heilzeiten achso und ich hätte H drücken können für Heilung oh weh oh weh ok Knie nieder Wolfsmal dann verschone ich dich halt dein Maul und kämpfe stirb du niedere Abschaum ausdauer ausdauer Wenn du ausweichst deinen Eingriff, schenkst du die ganze Zeit, kannst du nicht mehr ausweichern. Okay, eh, fortsetzen. So, jetzt mal ein bisschen. Okay, das war jetzt irgendwie doch ein bisschen anders. Da brauchst du mir die Löwen-Taktik, ja. Hat mich jetzt natürlich einen Haufen Pfeile gekostet, aber... Ach, das ist unsere. Okay. Oh, ein Boot. Okay. 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 Vielen Dank.